Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Also herzlich willkommen im Namen von KSV Sportclub. Letzter Spieltag Oberliga Baden-Württemberg, das war der 34. Spieltag. KSV gegen FV Ravensburg, 3 zu 2. 530 Zuschauer haben die Partie verfolgt. Wie immer das erste Statement vom Gästetrainer kann losgehen. Ja, hallo zusammen und Gratulationen an KSC für den Sieg. Ich denke, es ist immer schön, wenn man die Saison mit dem Sieg abschließt. Und vor allem dann in der Situation, auch wenn es so ist, dass es die Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Es ist für jeden einzelnen Spieler auch nochmal was Tolles zu gewinnen. Mit einem Erfolgserlebnis auf die Suche nach einem neuen Verein zu gehen, wenn er nicht schon einen hat. Oder einfach positiv die neuen Aufgaben anzugehen. Für mich persönlich ist es auch ein bisschen schade. Ich habe hier in Karlsruhe jetzt dann alles mitbekommen. Als Spieler gegen die Amateure gespielt, als Spieler gegen die Profis gespielt. Jetzt als Trainer gegen die Amateure gespielt. Vielleicht darf ich als Trainer dann auch nochmal gegen die Profis spielen. Dann habe ich wirklich alles erlebt. Also von dem her habe ich teilweise schöne, aber auch schlechte Erinnerungen hier an KSC. Aber ich wünsche trotzdem allen Spielern der Mannschaft alles Gute, dass sie ihre Wünsche, ihre Träume, Profi zu werden, erfüllen. Und dann auch so hoch wie möglich dann spielen. Zum Spiel selber, ja, ich denke es war schönes Wetter. Es war ein ordentliches Spiel. Wir sind verdient 1-0 in den Führerumgang, haben es dann verpennt. Wir waren 3-1 hinten und haben dann verdient, verloren. Hätten am Ende vielleicht noch ein Tor machen können, aber trotz alledem war es so wie es ist. Und wir haben halt dann 3-2 verloren, ist schade. Vielen Dank, Steffen und Wolfhard. Wally Carucci, dein Statement zu deinem Heimsieg. Ja, auch von mir erstmal ein Hallo an alle, die hier sind. Und danke an Steffen für die Glückwünsche. Ich möchte zu dem Spiel selber auch nicht so viel sagen. Ich glaube, wir sind heute eher zu einem anderen Anlass da. Und eigentlich gibt es auch nicht viel hinzuzufügen zu den Ausführungen von Steffen. Auch ich sehe das Ganze mit so einem weinenden und lachenden Auge. Es ist ja immer so, wenn man Abschied nehmen muss, das so ein bisschen schmerzt, wenn man, so wie wir, eine ganz intensive Zeit miteinander erlebt haben. Ich habe es den Jungs noch vor dem Spiel gehabt. Uns war es wichtig, auch nochmal das Ganze positiv zu gestalten. Ergebnis unabhängig, wollten wir einfach nochmal Spaß haben heute. Und Gas geben, das haben sie gemacht und haben sich dann auch natürlich mit drei Punkten belohnt. Umso schöner. Auch ich wünsche jedem Einzelnen von meinen Jungs nur das Allerbeste für die weitere Zukunft, beruflich und auch sportlich. Und bin mir ziemlich sicher, dass ich mit den meisten noch in Kontakt bleiben werde. Ja, ansonsten wünsche ich dir, Steffen, auch, dass es klappt mit deinem weiteren Werdegang. Vielleicht schaffst du ja tatsächlich mal, gegen unsere Profis zu spielen. Und euch noch eine schöne und gesunde Heimreise. Dankeschön. Da darf ich mich natürlich auch bedanken, im Namen von Karlsruhe SC, bei uns, bei der Presse, bei unserem Ordnungsteam, bei unserem Trainerteam, bei unserem Catering-Team, bei allen, die dazu beigetragen haben, auch unsere Waschfrauen, der Zeugwart, alle, die heute auch da sind. Herzlichen Dank. Und alles Gute. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen.